So, ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge. Ich gucke noch mal, was... Uah, diese Steuerung hier. Ah, Hinweis. Das Pflücken der Blumen vor dem Mädchen in den Schlafsaal ist und da sagen, ja, gut. Hm, nix. Ich gehe jetzt schlafen. So, gute Nacht. Und am nächsten Morgen können wir den Wecker wie immer. So. Und ein neuer Schultag beginnt. So. Ähm. Ehm. Hey. Hallo, Mick. Vorsicht. Out. Äh. Moment, so. Ja, ja... Preps Herausforderung, Grasenmähten... Was heißt Preps Herausforderung? Wir müssen auch mal wieder ein bisschen was lernen hier. Ja, ja. Aber das Ding, die Glocke ist euch jetzt wieder da. Aber das ist ja draußen. Ich muss euch hier drin dann immer was lernen. Und nicht draußen. Merkwürdigerweise. Aber die Frage ist ja... Ich finde mich hier immer wieder nicht so recht. Das ist schön, ne? Ähm... Pfeil zeigt nach oben. Aber dann doch wieder raus und dann... Hm. Hm. Das finde ich bald da. Ist auch ein bisschen blöd hier. Ja, ja, ja. Ist ja gut, Alter. Äh, das ist los. Oh man. Ah ja, das ist die Glocke. Äh, das ist los. Äh, okay. Ähm... Okay, nehm ich mit. Dann brauche ich nicht da hinlaufen. Ich finde den Weg immer nicht. So, um... Oh, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Jem. Geh, stehe bei der Bicke Workstation. Wait. Ich arbeite nicht mit dem Auto? Die Auto sind für Senior. Du musst gehen bevor du gehen kannst, boio. Hm. Ja, hallo? Ja, hallo? oh good work hopkins shutting up and working it works that ain't right do it again you better try that again son you better bring your a game next time jim i won't have slackers in here hmm just turn around and turn around right 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 oh man hmm hmm hello yeah yes hmm da 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 das ist das dann hab ich nur das Moment hier bin ich irgendwo richtig ach boxen ist das das ist das ist boxen mit 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 na gut dann versuch das mal mit 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 Der ist so nah! Okay, die kriegen wir nicht so geil, das ist so geil. Ich hab doch... Wieso haut er denn daneben? Das ist okay. Na cool, hab ich da auch eben gedrückt. Noch eine Runde, ja klar! Alter! 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 $25! We want blood. Move like a bee. Sting like a bee. I swear, try and look to check like you. What did you take me home? His left eye looks swollen. Be glad I don't want to throw. I've never done it. Da kommt gar nicht an den dran. Da träffst du nicht, ey. Das gibt's doch nicht, man. I love watching a good match. Show some spirit match. Hopkins is surprisingly tough. His left eye looks swollen. Das kützeser. Was ist denn mit dem los? I can do so much better, you know. Oh, don't worry. Jimmy's tough. I can do so much better. Hopkins, you're pathetic. Hopkins, you're such a wimp. Bro, is der hart, ey. Das gibt's ja gar nicht so. Hopkins, you're such a wimp. Immer wieder getroffen und getroffen und hat mich mal ein bisschen was abgezogen, ey. Couldn't you just be friends? Yes, man, daddy. I can do so much better. Yeah, but I can do so much better. Hopkins is surprisingly tough. I still think Hopkins will lose. Komm nicht durch. Das geht nicht. Haha, that's the best you can do. Oh, don't worry. Jimmy's tough. Move like a bee sting like a bee. I love watching a good match. Hopkins, you're pathetic. Hopkins is surprisingly tough. Like my shoes? They're genuine puppy leather. Hm. 50 dollars says that Hopkins is going to bite it. Rollen wir hier. Ai, 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 ai. Couldn't you just be friends? That's the best you can do? Oh, oh, mein Körper. His left eye looks swollen. His left eye looks swollen. The losers are not fair. The losers are not fair. Hopkins, you're such a wimp. I could do so much better, you know. I still think Hopkins will lose. Come, we have the guys to do. Oh, don't worry. Jimmy's tough. What? What? dónde do you want a bee stingle? Oh, hey. That's the best you can do? The losers are not fair. Oh, oh. Oh, that's the best you can do? Get, get tough, get down. Don't watch me around and get shot you after this time. And he out. Come here, go home. Josh, go home. Yeah, that's not true. Like my shoes? They're genuine puppy leather. Looks like my shoes? Ah, da sind so viele Rücken, ey. Oh, Mann, ey. That's it? Hmm, there's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Hmm. Not good. Mm-hmm. Okay. Glad that's done. Ah, man. You ain't gonna learn much by skipping school. You ain't supposed to be taking a field trip to the school of life, huh? Great idea. School. You're almost built in a day, but how can I find one? Die Eier. Ich habe Eier. Warte mal, wo ist denn jetzt? Ach, hier ist das. So, mein Clubhouse. Bei den Leuchtturm. Oh, der Leuchtturm muss ja irgendwo links sein. Ähm. Speicherpunkte. Da und da. Ähm. Schule. Und da im Schlafzimmer. Wo ist denn der Leuchtturm? Wie ist so auf der Karte, kann ich das gar nicht erkennen, wo der Leuchtturm sein soll. Die Leuchtturm. Die Leuchtturm. Oh, der war doch dann doch drauf, auf der Karte. Okay. Okay, Karte ist blöd. Muss ich da hinten mal gucken mit dem Leuchtturm. Äh, was willst du? Äh... Ah ja, ist er gleich hier. Wollen wir mal gucken, ne? Da kann ich mich umziehen, alles klar. Da scheint mein Bett zu sein. Nehmen? Was nehmen? Äh... Was haben wir denn hier? Du, 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 du. Okay. Oh Right on Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh Ah, they're so smashed Ow Ah, I got it Oh Oh my god 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 Nein! Ich kann ihn mal hier rum. Oh Gott! Oh Gott! gut eine runde reich eine runde reich ja ja klar, man sieht ja nix hier Alter, kann ich ja mal ein bisschen weiter weg sein boah ne, jetzt klar aber einmal wieder viel da ne ich hab doch da die Sperre gesehen boah aber eindeutig gefährdet, boah da waren wir wieder viel da, alles klar, ich bin der erster ja, warte denn nun gut okay, hier gehe ich dann raus ja so, das reicht da kriegt man ja nix Programm kann man leider nicht spielen oder so sehr, sehr schade ein Getränk kaufen so just like eating 28 cubes of sugar hier kann ich speikern, alles klar dann sage ich danke fürs gucken und dann bis zum nächsten Mal, Freunde macht's gut bye bye